Musik Ich begrüße alle Breitenbacher und wahrscheinlich doch, so wie ich sehe, in einer überwiegenden Mehrzahl noch die von außerhalb kommenden zu unserer Veranstaltung. Ich eröffne hiermit die Versammlung. Musik 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für die Begleitung, auch für die Begleitung durch die Polizei. Jetzt gehen wir in den Saal hoch und da hören wir noch den Vortrag über Wirtschaftssanktionen von Joachim Gilliard. Wer Interesse hat?